Bei fast allen Geschäftsprozessen fallen heute Daten an. Diesen Datenschatz intelligent zu vernetzen, wird für Unternehmen immer wichtiger. Der Enterprise Knowledge Graph des Fraunhofer eAIS gibt Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, strukturiert und integriert auf interne und externe Daten zuzugreifen. Ein Enterprise Knowledge Graph verknüpft Wissen, Informationen und Daten in einem Unternehmen zu einem Netzwerk von verschiedenen Datenbanken, Wissensbasen und Taxonomien. Hier können Markt-, Produkt- und Finanzdaten, aber auch öffentlich zugängliche Informationen oder Dokumente von Partnerfirmen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Auf dieser Grundlage entstehen neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, wie etwa im Mobilitätssektor. Die Semantik-Webtechnologie ermöglicht es, die Angebote des ÖPNV, Bike- und Carsharing oder Taxi zwischen kooperierenden Unternehmen auszutauschen und Faktoren wie Wetter, Verkehrsaufkommen oder Störungen zu berücksichtigen. So kommen Kunden bequemer und schneller an ihr Ziel. Datengetriebene Geschäftsmodelle sind Zukunftsmodelle für die Wirtschaft. Sie werden langfristig die bisherigen Geschäftstätigkeiten ergänzen oder sogar ersetzen.